Der Apostel Johannes. Johannes, der Sohn des Zebideus und Bruder von Jakobus dem Älteren, war Evangelist und gilt als der Verfasser des letzten Buchs der Bibel, der geheimen Offenbarung oder der Apokalypse. In seinem Evangelium ist er der Lieblingsjünger Jesu, der Letzte, der unter dem Kreuz nur Haus geharrt hat. Sehr häufig, wie auch hier in der alten Kirche, wird er mit Kelch und Schlange dargestellt. Die Legende erzählt, dass man ihn vergiften wollte. Er aber schlug ein Kreuzzeichen über dem Kelch und das Gift entwich in Form einer Schlange.